Hey Hey ihr Ihr seht so gelangweilt aus Nix zu tun Das muss nicht so sein Schon mal was vom Metal Days gehört? In Slowenien? Party machen Am Strand So richtig geilen Bands Wie Behemoth Cataclysm Oder Hatebreed Nicht so schnell Habt ihr nicht was vergessen? Hier habt ihr den Karten? Ihr wisst nicht woher, ne? Da können euch die Jungs von Disagree helfen Halt, stopp, guckt euch doch mal bitte an Wollt ihr so zum Festival gehen? Habt ihr nichts vernünftiges anzuziehen? Keine Bandshirts? Keine Bandshirts Ich weiß, dass ihr gut ausseht Aber habt ihr die passende Musik? Und da haben Disagree euch was hingelegt Na seht da, das ist ja mal ne richtig geile zu gehen Und jetzt könnt ihr starten Moin, ich bin der Basti Ich bin der Hagi, wir sind von Disagree Ich bin der Hagi, ich bin der Bandshirt Und ihr, kein Mistseuer da draußen Habt die Möglichkeit bei uns Tickets für das Metal Day zu bestellen Und dazu geben wir euch Die neueste City von uns Break the Chains Genauso wie unsere neuesten T-Shirts In Rot Oder auch in Schwarz Für den Ticketpreis von 135 Euro Also bestellt Folgt uns auf Facebook, YouTube Direkt hier unter dem Video Heftig klicken, viel liken Und verdammte Scheiße Ich will euch vor der Bühne sehen Ich auch Bis dann